Ja, hallo, hier ist nochmal der Frank von Fotologbuch.de und nachdem ich wohin ja den kürzesten Quick-Tipp aller Zeiten wahrscheinlich gemacht habe, habe ich gedacht, mal gleich noch ein zweites Video hinterher, und zwar zu dem Thema, ich habe einen Hauptkatalog, der ist auf einem Rechner meinetwegen stationär und ich möchte jetzt einen Teil der Fotos unterwegs mitnehmen, weil ich die unterwegs bearbeiten möchte, unterwegs zeigen möchte oder wie auch immer und möchte danach auch die Fotos natürlich wieder in diesen Hauptkatalog zurück integrieren. Ja, das Ganze ist eigentlich ziemlich einfach. Wie gesagt, ich bin mal hier in meinem Hauptkatalog, markiere mir den Ordner sozusagen, die Bilder, die ich jetzt rausziehen will, ich könnte natürlich auch einzelne Fotos nehmen, aber ich nehme mal die ganzen Ordner hier und sage jetzt hier wirklich die ganze Geschichte als Katalog exportieren. So, diesen Katalog können wir jetzt irgendwo hin exportieren. USB-Laufwerk, wie auch immer. Ich mache es mir relativ einfach und sage, ich möchte das Ding in die Dropbox reinschieben und zwar in einen speziellen Ordner. Wo haben wir ihn denn? Klar, Katalog mobil. Wie gesagt, der ist hier leer und den nenne ich einfach mal IC und ja, wie gesagt, hier kann man noch mal ein paar Sachen mit einstellen. Ich will natürlich die Negativdateien haben. Smart vorschauen brauche ich nicht, weil ich die Negativdateien selber habe, verfügbare Vorschaubilder mit einfügen. Nö, die will ich auch nicht haben. Kann er ganz schnell auf dem Rechner dann neu erzeugen und sage jetzt wirklich diesen Katalog, ja, den Teil exportieren. So, dauert jetzt einen kleinen Moment. Da muss ich die Bilder rausschreiben und die Katalogdaten und ja, jetzt bin ich eigentlich mit dem Export schon fertig und muss jetzt nur ganz kurz warten, bis die Daten hier über die Dropbox transferiert wurden, damit ich sie dann auf dem zweiten Rechner gleich wieder lesen kann und ja, wir sehen uns gleich wieder dann auf dem anderen Rechner und dann gucken wir mal, was wir da bearbeiten können und danach wieder alles zurück transferieren. So, da bin ich jetzt wieder an dem anderen Rechner. Das heißt, ich bin jetzt, wie gesagt, hier an dem kleinen Rechner, den ich im Mobil mitnehmen will, habe hier meinen Dropbox Ordner und habe das auch schon mal synchronisiert und ja, sitze jetzt meinetwegen im Zug und will mit Lightroom arbeiten oder wie auch immer und ihr seht hier, die ganzen Fotos sind alle mit dabei, komplett die Daten. Ja, also kann ich hier auch, ich dort reingehe, den Katalog ganz normal starten mit Doppelklick und kann jetzt hier mit diesem, ich sage es mal, Teilkatalog ganz normal weiterarbeiten. Das heißt, ich kann Bilder bearbeiten, beschneiden, wie auch immer. Gucken wir uns hier einfach mal was an. Ich habe hier ein paar Fotos und ändere jetzt einfach mal ein bisschen was rum. Gehen wir ins Entwickelmodul, macht da mal ein paar Schwarz-Weiß-Bilder daraus. So, das machen wir Schwarz-Weiß. Dann, ja, hier den gelben Kokos machen wir auch Schwarz-Weiß, damit wir auch sehen, wo die Unterschiede genau sind. Den blauen Kokos machen wir Schwarz-Weiß. So, und den ändern wir auch noch ab in Schwarz-Weiß. Ja. Haben wir hier hinten noch. Den können wir auch an. Den ändere ich noch ab in Schwarz-Weiß. Und, ja, hier zum Schluss noch den letzten, meinetwegen. Machen wir auch Schwarz-Weiß. So, das ist jetzt mal nur stellvertretend dafür. Man kann natürlich viel mehr Entwicklungsschritte machen. Ich kann alles mögliche jetzt hier mit den Bildern machen. Und, ja, bin dann irgendwann fertig und mache den Katalog wieder ganz normal zu. Und komme dann irgendwann wieder nach Hause und will diese Änderung natürlich jetzt in den Hauptkatalog wieder zurück integrieren. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder am großen Katalog. So, ich bin jetzt wieder am großen Rechner. Das heißt, ich bin wieder zu Hause angekommen. Und das ist ja mein Hauptkatalog. Und wir sehen auch hier sind noch die ganzen bunten Bilder drinnen, so wie wir sie eigentlich rausexportiert haben. Und jetzt geht es natürlich darum, die Änderung wieder in diesen Hauptkatalog zu importieren. Und das ist eigentlich genauso einfach. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, wieder zu sagen, ihr wollt das aus einem anderen Katalog importieren. Und dann fragt ihr euch eigentlich schon, wo das liegt. Wie gesagt, ich mache es ja hier nur stellvertretend mit einem Dropbox-Ordner. Ihr könnt dafür eine USB-Platte nehmen, USB-Stick, wie auch immer. Egal, wo ihr eben die Fotos und die Daten draufkriegt. So, ich sage jetzt hier, das ist mein Katalog. Den möchte ich wählen. Und ja, jetzt sieht er schon, Kataloginhalt, 34 Fotos. Die sind da drinnen. Neue Fotos gefunden keine. Wenn ich natürlich jetzt unterwegs noch neue Fotos dazugefügt hätte, weil ich fotografieren war, dann könnte ich die jetzt auch nochmal in diesen Katalog zurück importieren. Und ja, da ich aber die Originaldateien hier überhaupt nicht geändert habe, ist es natürlich für mich schön, dass ich sage, er soll bitte nicht nur, also er soll letztendlich nicht die negative zurückschreiben, weil die sind ja schon da, sondern er soll wirklich nur die Metadaten und die Entwicklungsinstellungen zurück importieren. Ja. Wenn ich möchte, könnte ich jetzt sagen, die alten Einstellungen soll er noch als virtuelle Kopie behalten. Sag ich aber nö, will ich nicht haben. Und wer möchte, kann auch mal ganz kurz hier auf Vorschau klicken. Und da sehen wir genau unsere Bilder letztendlich, die wir geändert haben. Und ja, Vorschau wieder aus, importieren. Und dann werden diese Änderungen jetzt hier in diesen Katalog zurück integriert. Das sind unsere Fotos, das heißt, wir sehen hier unseren Kranich, den hatten wir ja schwarz-weiß gemacht. Dann hier unseren Kokos, den wir schwarz-weiß gemacht haben. Gucken wir mal weiter runter. Hier fällt der nächste schwarz-weiße Kokos auf. Ich hatte es ja einfach stellvertretend gemacht für ein paar Beispiele. Ja, und hier habe ich die alle drin. Und damit war es auch ganz einfach, eigentlich diese Änderungen zurückzuschreiben. Ich musste eigentlich nur die Entwicklungseinstellungen, die ich gemacht hatte, unterwegs jetzt wieder zurücktransferieren. Wie gesagt, aber selbst wenn ich neue Fotos fotografiere, ist das sehr einfach, diese Sachen dann auch hier zurückzuschreiben in den Hauptkatalog. Okay, ich hoffe, damit konnte ich euch auch mal zeigen, wie man mit Lightroom unterwegs mobil arbeiten kann, indem man einen Teil des Kataloges auslagert und nach dem Bearbeiten der Wiederkehr einfach wieder in diesen Hauptkatalog zurückintegriert. Ich danke euch wieder für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Frank von fotolockbook.de Das war, das war ich noch nie. auch ich habe mich noch nicht guarante Vielen Dank.